Hallo Daisy! Ich wollte dir nur sagen, dass ich dein größter Fan bin und keine Folge verpasse von der Daisy und Raymond Show oder auch im Fernsehen, wenn du mal dort zu sehen bist. Und wie du siehst, ich habe mich auch ein wenig von deiner Schönheit inspirieren lassen und eifere dir wirklich nach. Ich werde dir jetzt helfen, deine Klickzahlen wieder auf den alten Wert zu bekommen. Und vielleicht gehst du auch mal auf mein Profil. Ich habe gerade einen super Filmraum gestellt, wo ich meinen Lieblings-Kajalstift vorstelle. Vielleicht hast du ja Lust, deine Erfahrungen mit mir zu teilen. Ciao Daisy!